Dieser Audi A4 steht hier zum Verkauf. Der schwarze Kombi hat 5 Türen und bietet 5 Sitzplätze. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei weniger als 170.000 km. Die Erstanmeldung war Mitte 2012. Der Kombi besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Xenon-Scheinwerfer, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partygefilter, und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Diesel eine Leistung von 177 PS an ein Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 4,8 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017